So, wir zeigen euch, was passiert, wenn beim Missen zwei Kilo Flash einfach so hoch geht. Also starten, Verladung, was auch immer, wenn du rauchst daneben. Weißt du, wie es schon so gesagt hat, wenn man daneben vielleicht raucht? Oder wenn sie einfach aus Langeweile mit dem Hammer raufhangen. So, jetzt müssen wir nur sich zwei Kilo Flash finden. So, zwei Kilo Perkorat-Fleisch, weil, was habe ich da draufgeschrieben, Digger? Wollen wir doch machen und dann reinstecken? Ja, Digger, wir können doch aufmachen. Lohin, bitte aufhören, komm, geh zu, geh zu ihm lang. Ja, gut. Komm, für rechts. Das ist nicht für rechts, das ist Lattis. Okay, Lattis, hier, komm, geben Sie das. Okay. Halten Sie, dass die ganze Jenny dabei landen. Achtung. Du, Sommer, Basta. Bitte entfernen Sie das vom Auto, das kann statisch aufgehört sein. Digger, wenn das hochgeht, ist das eh weg. So, bitte geben Sie mir die Füße und stecken Sie da rein. Gut zünden, Digger. Da rein der Brücke, oder nicht? Ja, in der Vorder, oder? Warte, hinter der Brücke, oder? Da muss ein Kabelbinder hoch. Gib ein Kabelbinder, bitte. Ist es so stark? Nein, dass die Füße nicht rauskommen, wenn wir da abhauen. Ich meine, es ist so stark, dass es halt... Das wird komplett wie ein Böller hochgehen. Das wird sowas wie ein Böller hochgehen. Wir wollten es eigentlich einzeln testen, aber... Warte, legen wir das so schön hin, aber wir brauchen einen Stein, dass die Zündung nicht so direkt zurückgeht. Okay, wir brauchen einen Stein. Hier. Stein, stopp. Das passiert, wenn man 2 Kilo offenes Flash zündet, oder es außerdem hochgeht. Einmischen. Das ist ziemlich witzig, dass wir das mit 2 Kilo machen. Oh, weil ich glaube, nicht so viele arbeiten mit 2 Kilo. Oh ja, ich arbeite mit 10 Kilo. Ich arbeite mit meiner Oma. So, Wahnsinn. Bitte vermeiden Sie Ihren Funkenflug, ich werde mein Leben bringen. Ich gehe auch schon auf Distanz. Viel Spaß im Tünden. Ja. Okay, bitte. 2 Kilo Flash. Das wird ja so hoch gehen. Die Arme hochgefahren. Sehr, sehr, sehr. Bitte lasst dich treten, die sind hoch, oder? Ja. Die Arme hochgefahren. Die Arme hochgefahren. Was ist das? 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 Ach du kacke, warte, lass den hin und dann tippen, ne? So weit tippen. Doch, kommen sie einfach hinterher. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das war massiv. Ja, war nicht. Ich hoffe. Lass dich nicht tippen, oder? Willst du wirklich tippen? Ja. 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 Ja.